Ich will mal überlegen. Wir müssen auch was hier unterlegen. So, Moment. Wo ist das andere Handtuch? Ja, stimmt. Wo ist das andere Handtuch? Ich bleibe auf dem Stehen, dann passt das. Ja, aber trotzdem. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Also, hier für den Stand. Für den Stand. Gute Bild, bitte. Ihr habt keine Ahnung, wie teuer das Zeug ist. Wir sind hier. Das ist ja kein Wasser. Das brennt wie Scheiße. Das ist mein Geld. Mein Hartz IV. Moschteck, falls du dir zuguckst, das Streamingeld ist 22 Uhr. Und wenn du dann Bock hast, kannst du dann vorbeigauern ab 22 Uhr. Hey, sag das doch nicht. Sag das nicht. Nichts, vielleicht geht es mir nicht mehr um den Treppen. Ja, aber wir tun dir kommen wieder. Scheiße, ich hab jetzt den ganzen Tags nicht verloren. Der Modgar ist wirklich mal was Gutes für eine Teppich. Ich bin nochmal ein Schwertkommen. Einer geht noch. Aber richtig. Einen deutschen. Ja, aber... Boah, Junge. So, jetzt hast du auch mal Schmerz im Hals. Ja, das ist desinfiziert alles. Stell dir mal vor, du hast es über dir jetzt rüber. Komplett. Puh. Weißt du, wie denn nicht das ist in der Nase? Der Aldi Pickel, die desinfiziert ist. Ich muss jetzt hier erfassen. So, okay, geht los. Und durch. Ich starte jetzt das Lied und dann gebe ich euch kurz das Zeichen. Ich brauche mal. Alles gut, aber mit dir auch. Moment. Hey, das geht viral. 2, 2, 1 und los! Weiter runter, weiter runter! Weiter, weiter runter! Weiter, weiter runter! Weiter, weiter! Los, mehr! Los, mehr! Na, wie, los! Stopp! Der muss drücken! Das war ein Liter! Oh, echt? Nein, echt! Alter, was ist denn passiert? Nein, was ist denn passiert? Ey, ey, ey! Aaaaaaah! Mooooooooh! Kaufe mehr, hake erstmal! Leute, das war halt wirklich ein Liter, aber ich verstehe euch, das sieht nie aus, als wäre das ein Liter, weil die Flasche halt so cool ist. Schaut's euch an! Schaut's euch jetzt den Stand an! Wir waren vorher ungefähr hier und das sind drei Liter. Wir waren locker hier bei dem Anfang des Baumes. Also das war echt ein teurer Spaß. Wenn man noch mehr wollte, müsst ihr irgendwie mit den Maxern verhandeln oder so. Alter, der wird raus sein. Das ist doch absolut geisteskrank. Ich komme ins Hotel, dann machen wir auch mit einer Zickzack. Ah Junge, das ist absolut krank.